Ja, ich mach weiter mit meinem nächsten Part und zwar hier einmal fünf Kalender, also leider nur von 2001, man kommt, dann habe ich hier sehr viele Postern, hier einmal von Selle Uranus, Selle Neptun und Selle Pluto, von Selle Stahila, Prinzessin Kajiru, Selle Venus, Chibi Chibi, Saturnia und Nelenia, ich weiß nicht, wenn du sagst, dann weißt du, was passiert, ich weiß nicht. Dann habe ich hier von Selle Uranus, Selle Moon und Chibi Moon, Selle Saturn, Kursuren, also, waren alle in Höhe von dabei, dann habe ich hier einen Kalender von 2000, ich habe das immer auf meine Tür gehängt, die letzten Tage, aber, ja, da war ich noch ganz klein. ja, wieder Uranus, und hinten nochmal Uranus, Mekton und Pluto, ja, die Selle, wo ich hier ist, die Selle-Kriere, die Selle-Kriere, Merkur, Mars, Selle Moon, Luna und Tatsida-Mars, Selle Starfighter, und da hinten noch Selle Mars. Dann haben wir hier die Eugen am Kaorinat mit Dr. Tomui, das habe ich auch mal an meiner Tür gehängt. Das habe ich auch mal an meiner Tür gehabt, aber jetzt nicht mehr. Ich bin ja schon 19 und mache es auch nicht mehr. Dann mache ich hier einmal die Amazonen-Quadette. Jetzt die Selekturierin wieder einmal. Venus, Stella Mars, Stella Jupiter und Stella Merkel. Samastadina, Venus und Jupiter, Super-Sella Moon, Stella Neptune, Prinzessin Cadillou wieder einmal, ich habe sehr viele davon. Mars und Merkur, Mars, Uranus alleine mit dem Schwert. Hahaha. Ja. Ja. Fischauge und Tigerauge und Falkenauge. Venus. Ah, wenn gehts Platz schon wieder, ist eh keine Wunder. Äh, warte, keine Wunder. Äh, ja, was ist denn? Na bitte, geh raus da. So, Leute. Aber, ja. Gut, dann haben wir hier die Frühwärts. So, das ist da, Leica und da hinten am Amazonen-Quadette nochmal. Und, seine Uranus und die anderen. Ja, das war's mit dem nächsten Part und ich mach bald weiter. Tschüss. Och, Emily.